Hi, Vicky. Hallo. Hallo. Und ja, wir müssen mal gucken. Ich bin jetzt gespannt, ich spiele zum allerersten Mal Support in Overwatch. Und ich bin, wie gesagt, optimistisch, dass wir das eventuell hinkriegen. Oh, ihr spürt gleich Mercy? Ja, ich probier's jetzt aus. Ja? Ja, Mercy soll ja nicht so schwer sein, wenn ich... Oder ich hätt' Anna spielen können, aber... Äh, mit Problemen, was jetzt einfach ausgesetzt ist, die Funktion, dann nehme ich einfach Anna. Also, es wird schon hinhauen. So, wollen wir mal raus. Vor allem, ich sollte da auch als Erster rausgehen, ne? Jo. Alles klar. Jo. Instant down. Die stehen da direkt oben, ne? Bitte mal. Nein! Aber ich spiele trotzdem Anna. Anna find' ich sinnvoller. Hier drüben ist ein zeitliches Geschick. Ja. Nur ein Katze, nichts lebensbedrohen. So, müssen wir mal gucken. Ist interessant, finde ich. Ich seht ihr alle auf, äh, alle, alle Mann. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Ich habe so ein, so ein Wärmeskin, wenn ich da durchgucke. Durch die, ähm, durch die Scharfschütze, Dings. An sich. Danke, das Wort hat mir gefehlt. Achso, und wenn wir in diesem, äh, letztes Mal jetzt nicht so krass reden sollten, dann, äh, entschuldige ich mich schon mal dafür, weil es ist einfach echt die Konzentration Sache. Jo, wahrscheinlich. Ich bin raus, haut rein. Ja. Nein. Wurde gerade übelst konfrontiert. Mann, Hansu ist... Mann. Hansu ist dein Mann? Nein, Mann. Ich meine, Hansu ist dein Mann. Ich meine, Hansu ist dein Mann. Nein, Mann. Wenn die war, aber ansonsten nicht. Aber Hansu ist eher so ein Champion, den ich mal als Tag gewessen. Ich kann ihn nicht. Ich kann ihn nicht. Geh mal nach vorne, bitte. Ich kann ihn auch nicht. Ich kann ihn auch nicht. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich hab gerade noch unseren, äh, Schneider gehalten. Wieso auch einfach alle vorauslaufen? Es ist so... Es ist so schlimm. Ich hasse es, Support zu spielen. Weil du willst denen helfen und die kriegen's echt nicht hin. Ich find das ganz schön traurig. Verdammter. Mist. Wir haben zu viele Defensive. Wenige Offensive. So. Machen wir mal richtig Tank. Man nennt mich McCree. Man nennt mich McCree. Man nennt mich McCree. Ja, ja, dein lieben guter Alter McCree. So, müssen so... So, Jungs. So, Jungs. So, muss man mal schauen. Müssen wir mal gucken, dass wir jetzt noch so ein bisschen hineingehen können. Wie? Wie? Ich bin hinten dran. Nein, ich bin da, oder weiße ich? Wie? Wie? Wie, wie? Wie, wie? Wie? einfach es ist sinniert da sind ja da wenn ich mit dem andere abschließt kriegen die dann auch die doja oder mehr mit schrift okay das hört sich ja ganz gut an ach so ich kann okay so switcht die kugel okay interessant ich muss jetzt erstmal ein bisschen proben probieren mit dem tab aber so vom prinzip her scheint er ja nicht so schwer zu sein ich glaube ich gehe ohne ohne eliminierung raus wenn das so weitergeht der Haare ist es vielleicht nicht Prozent weil nicht so gut vor allem ist das geschütz voraus hier 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 wenn man den Schirm kann den Respekt ich kann wollen mein Mann hier weil ich am Kiel macht dies und so weiter das Gericht da Du spielst gar nicht mit Diva Ok Wir sind drauf da Verdammt Ja das ist so, es ist so blockiert Na gut das sollte einfach nur Ich sag mal ein kleiner Einstecher in die Overwatch-Welt sein Wir haben zwar verloren, aber meine Damen und Herren Wenn euch Overwatch weiterhin interessiert Dann lasst doch mal ein Like da oder dann lasst doch mal ein Abo Oder ich weiß es nicht Auf jeden Fall, Dankeschön zu schauen Und wir gucken uns nochmal das gemeinsame Highlight an Und dann Na gut ok, er hat seine Ulti gehabt Da kann er natürlich spammen Seine Tower Und der Tower Na gut was soll man machen, meine Damen und Herren Wir sind keiner aus unserem Team, schade Gut, wir sehen uns Am Mitte auch wieder, da kommt der League of Legends Und Und dann Dann